Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht müssen wir, um dieses Evangelium einzuordnen, den Satz aus dem Propheten Amos, den wir eben hörten, zur Hilfe nehmen. Mach dich bereit, deinem Gott gegenüberzutreten. Wir haben darüber nachgedacht, gestern schon, wie es ist, dieses Gegenüber. Wusste der Schriftgelehrte, der gestern Jesus folgen will, dass er seinem Gott gegenüber tritt? Wusste es der Jünger, der zuerst noch die Toten begraben will, den toten Vater, dass er seinem Gott gegenüber steht? Wissen wir es? Wissen wir es, wenn wir von Jesus reden, wenn wir ihn in Anspruch nehmen? Manchmal für uns reklamieren? Wenn wir sagen, wir sind dein, wissen wir es? Gestern hat niemand reagiert. Gestern gibt es diesen Satz nicht. Was ist das für ein Mensch? Obwohl er unglaubliche Forderungen stellt und unglaubliche Sätze sagt. Der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Lass die Toten ihre Toten begraben. Keine Reaktion. Wir lieben halt bis heute das Spektakuläre. Das zieht uns in Bann. Das beeindruckt uns. Wie ein solches Naturschauspiel, dessen Zeugen wir heute im Evangelium werden. Ja, wenn so etwas geschieht, dann ist es ganz leicht. Zumindest leicht zu staunen. Zumindest über eine Frage, dem näher zu kommen, wer Jesus ist. Es zumindest einmal als Frage zu formulieren. Wir, liebe Schwestern und Brüder, wissen es doch längst. Wir brauchen solche Schauspiele nicht. Ich will das auch nicht, um Gottes Willen, nicht abwerten. Es blitzt ja immer nur ganz wenig auf, auch in den Jahren mit den Jüngern. Immer nur sind es ganz kurze Momente, wie kurze Blitzlichter. Da Jesus zeigt, wer er ist, welche Kraft und Vollmacht ihm gegeben ist. Bei diesem Naturwunder oder bei der Verklärung. Jesus sucht nicht den Weg, mit dem Spektakulären seine Jünger oder seine Umwelt zu beeindrucken. Nein, er weiß verschiedene Wege. Er wirbt auch mit seinen harten Forderungen. Auch mit solchen Wundern, wie wir sie eben hörten. Das alles gehört zu Jesus. Und das alles soll uns zu dem führen, dass wir heute, heute davon Zeugnis geben, wer er ist. Dass er eben nicht irgendwer ist. Dass wir die Frage genauer stellen müssen, was ist das für ein Mensch? Das ist nicht einer jener großen antiken Wundertäter. Oder Wanderprediger, von denen es zurzeit je sogar viele gab. Mit berühmten Namen und noch berühmteren Wundern. Nein. Wer von Jesus spricht, muss wissen, dass er sich auf den lebendigen Gott einlässt. Wer den Namen Jesus spricht, muss immer das Wort des Amos mithören. Mach dich bereit, deinem Gott gegenüber zu treten. Ja. Danke. Vielen Dank.